Der Künstlername Doch, ich habe ihnen natürlich erklärt, wie viel Stress du zur Zeit hast und dann auch die Sache mit dem Teamleiterjob im Herbst Was kannst du laut sagen? Armes Baby Essen ist hier nicht erlaubt Okay Ich hab alle noch Komm, ich nehme dir was ab Na, deine Klausuren waren bestimmt auch gut Dann hast du ein Top-Examen Hoch zu Heckfurt Das sollte ich Ihnen nicht vorenthalten Oh Schön, dass Sie noch dran gedacht haben So ein Handy kannst du doch nicht spurlos abwickeln, wir brauchen Beweise Wo sollen wir die finden? In Heckfurt's Büro natürlich Outro